Hallo zusammen, ich bin Cemil, Schreiner Praktiker EBA im ersten Lehrjahr beim Kantonsspital Aru. Heute möchte ich dir meinen Berufsalltag etwas näher bringen. Komm doch mal mit! Hier seht ihr mich, wie ich zwei Tablare zuschneide, welche ich später für den Zusammenbau eines Schrankes benötige. Das Coole an meinem Beruf ist, dass ich am Abend sehe, was ich gemacht habe. Zudem macht es mir Freude, wenn ich sehe, wie die Leute meine Arbeit schätzen. Hier in unserer Schreinerei kann ich vor dem Planung bis zu fertigen Produkten dabei sein. Wir bauen Möbel und andere Einzelfertigungen für das Spital. Dieses Teil habe ich für den Notfall hergestellt. Die brauchen eine Speziallosung für ihre Telefonkarten und andere Kleinigkeiten. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann bewerte ich dich heute für eine Lehrstelle. Wir suchen Menschen mit Herz. Tschüss zusammen! Schreinhaber Vielen Dank.